Freunde, was geht ab? Ich habe es länger angekündigt und jetzt ist es soweit, das erste von zwei Videos zum Jahreswechsel stehen an. Das erste Video, also dieses Video, beschäftigt sich mit der kompletten 2021 Rückblende. So, und ich werde jeden Monat, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, ich werde jeden Monat mit dir durchgehen und werde dir in jedem Monat erzählen, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich gedacht, was habe ich getan, was lief gut, was lief nicht gut, was waren Fehler, was waren Erfolge und ich werde hier so gut wie es geht, 100% ehrlich und transparent sein und werde mit dir alles teilen, egal wie sehr es damals geschmerzt hat. Ich werde mit dir alles so transparent wie möglich teilen, ohne natürlich Namen zu nennen oder irgendwelche Situationen zu detailliert zu erklären, aber alles, was mich betrifft, aus meiner Ebene, bekommst du jetzt unsensiert. Real Talk. Let's go! So, als allererstes möchte ich mich an dieser Stelle mal bei dir bedanken. Danke, dass du Bock hast, hier dir die Videos anzuschauen, dass du auch dir, ja, je nachdem wie lange du da bist, also einfach danke für deine Energie und deine Zeit. Und das Video oder die nächsten zwei Videos, die sind sehr intim, die sind sehr, ja, als ich mir die Notizen gemacht habe und mir die Posts durchgeschaut habe, damit ich mich auch nochmal reinspüren kann, wie habe ich mich damals gefühlt, wie ging es mir damals, das hat schon was mit mir gemacht und das war ein sehr, für mich persönlich war das ein sehr hartes Jahr. Also es war kein Jahr, wo ich sagen würde, boah, geil, krass, nur krasse Sachen passiert, sondern es war ein sehr wildes Jahr, ein sehr hartes Jahr, sehr viel Distanz, also wenn ich jetzt mal das Jahr gesamt betrachte vom Gefühl, sehr viel Distanz, sehr viel Spaltung, sehr viel, jeder macht sein Ding, jeder ist nur auf sich fokussiert, niemand hat Lust auf Kooperation oder was zu starten. Das ist so, das ist das, was ich auf der Gefühlsebene wahrgenommen habe, erlebt habe, vielleicht auch selbst diese Energie mit rausgetragen habe, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das so ein bisschen mein Gesamteindruck von diesem Jahr. Während 2020, genau das Gegenteil war, 2020 war viel Nähe suchen, Netzwerken, Kooperationsstaaten, Events und so weiter, obwohl das Ganze ja losging mit dem äußeren Thema, was wir gerade haben, war so richtig krass, Vollpush, Motivation mit anderen und dann Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ist das Ganze so runtergefahren irgendwie. Vielleicht fühlst du das. Okay, also, im Januar diesen Jahres, 2021, war ich noch in diesem Modus, neue Energie, frischer Wind, so wie man es ja vielleicht auch vom Januar kennt, ich war sehr dankbar, also wenn ich mir meine Posts anschaue, dann war ich in einem sehr dankbaren Monat, ja. Wir haben die Lunaris Academy damals nochmal aufgemacht, also die lief schon ein halbes Jahr und wir haben sie nochmal im Januar, also für den 1. Februar, genau für den 1. Februar, haben wir sie nochmal geöffnet und haben nochmal neuen, also anderen Menschen die Möglichkeit gegeben, neu einzusteigen. Diesmal aber nicht für ein Jahr, sondern nur für ein halbes Jahr. Also einfach, sie kommen mit in die bestehende Gruppe rein und, ja, genau, ergänzen die Gruppe, die bestehende Gruppe und das war, das war eine Entscheidung, die wir damals aus wirtschaftlicher Sicht getroffen haben. Diese Entscheidung haben wir getroffen, weil für uns aus wirtschaftlicher Sicht zu wenig Teilnehmer reingekommen sind. Als wir die Lunaris Academy 2019, nee, sorry, 2020, im September, glaube ich, August, September, gelauncht haben, war das wirtschaftlich so okay. Also es ist okay, aber es war jetzt noch nicht so krass gewinnbringend, deswegen haben Katrin und ich gesagt, okay, wir müssen nochmal öffnen, wir müssen nochmal nach einer gewissen Zeit neue Menschen reinbringen, damit von der Wirtschaftlichkeit her das Ganze kein Reinfall war, weil wir haben da sehr viel Zeit, Energie und Kosten, Geld etc. reingesteckt und das ist einfach ganz stark mitgeschwungen. Ich will da ganz ehrlich sein, also das ist, das war sehr, sehr kopfgetrieben, diese Entscheidung, das zu öffnen. Und das hat damals in die Lunaris Academy diese neue Energie, sehr viel Unruhe auch mit reingebracht, ja, was ich auch absolut im Nachgang verstehen kann. Ich meine, du machst bereits ein halbes Jahr ein Programm und dann kommen auf einmal ein Schwung an neuen Leuten mit dazu, die die erste Hälfte des Jahres verpasst haben, die nicht mit diese Transformation gemacht haben und werden halt rein, werden einfach rein gepresst in die Gruppe, die bereits eine Transformation hinter sich hat. Und das war auf menschlicher, spiritueller Entscheidung, weiß ich nicht, ob es die beste war, auf wirtschaftlicher war es wichtig, energetisch betrachtet, im Nachgang, weiß ich nicht, ja. Klar, natürlich, am Ende ist man immer schlauer, am Ende war ich aber trotzdem dankbar wiederum, dass die Leute mit dabei waren, weil die haben natürlich extremst viel in einem halben Jahr für sich mitnehmen können. Deswegen, aus welcher Perspektive und zu welchem Zeitpunkt schauen wir uns die Situation an? Das ist immer die große Frage. Damals, im Januar, war wirtschaftlicher Blickwinkel absolut korrekt. Dann später, dazu komme ich noch, im April, Mai, war es gefühlt die schlechteste Entscheidung überhaupt, dazu komme ich aber noch. Später dann, im September, war es dann wieder so, okay, es hatte trotzdem so sein sollen und es war wichtig, dass es passiert ist. Ja, also auch vor allem für die Teilnehmer am Ende. Okay, also das war auf jeden Fall der Januar. Ich war dankbar, wir haben einen Relaunch, also einen neuen Launch gemacht mit der Lunaris Academy, haben die nochmal geöffnet. Das war alles ganz cool, neue Energie, frischer Wind, alles geil. Februar, März ging es dann noch weiter, aber man hat schon gemerkt, die Energie geht so langsam raus. Februar, März war dann, wo ich dann gemerkt habe, oh, war die Entscheidung, neue Teilnehmer in die Lunaris Academy reinzunehmen, wirklich die richtige, ja. Und wo ich auch gemerkt habe, es zerrt sehr viel an mir, was gerade passiert. Das kam dann auch, ich hatte im Februar, März auch mit meinen anderen Coachings, also unabhängig von der Lunaris Academy, war sehr viel Struggle, sehr viele Probleme, Beschwerden, Unzufriedenheit. Und ich dachte mir, und in dem Moment, aus dieser Dankbarkeit im Januar wurde sehr viel Undankbarkeit. Also direkt ins Gegenteil. Das war so, ich habe mich gefühlt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt und dachte mir, krass, wie undankbar Menschen sein können. Obwohl sie Erfolg haben, obwohl sie sichtbaren Erfolg haben, sind sie unzufrieden. Und das war etwas, und das kam, aber ihr wisst ja, wenn der Teufel an der Tür klopft, kommt nicht nur ein Teufel, kommen direkt zehn Teufel. Das war dann so alles auf einmal. Dann kam irgendwie mit Miete, bei mir privat, also mit Hausmiete wurde nicht bezahlt, Anwalt, dann mit einem Coaching-Teilnehmer, mit einem 1-zu-1-Coaching. Ich hatte richtig heftige Probleme. Dann in der Lunaris Academy gab es Unruhe. Also es war sehr wild und es hat so viel an meiner Energie gezerrt, dass ich dann am Ende im April, im April war dann nochmal so der Kampf, der Kampf nochmal zu versuchen, die Bahn einzulenken. Also im April habe ich gemerkt, wie ich nochmal versucht habe, mit Druck einzulenken, um nochmal eine positive Energie zu erzeugen. Das heißt, wir haben im April, dann hatten wir eine Aktion im April, den mentalen Espresso, da haben wir eine Art Geburtstagsaktion gemacht mit der Katrin, mit dem mentalen Espresso. Wir haben, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben zehn Tage lang gratis, also hat die Katrin gratis Meditation gegeben. Wir haben eine krasse Kampagne aufgefahren, haben richtig viel Geld rein investiert. Und es war für uns, es war für uns, für Katrin und mich so, so okay, das leitet eine neue Zeit ein, ein Change, ja. Eine frische Energie, so, dass wir das Alte zurücklassen können, sowohl finanziell, aber auch energetisch. Und ich kann euch eins sagen, wir hatten, wir hatten über 800 Eintragungen, richtig geil, haben uns mega gefeiert, mega gefreut. Von diesen 800 Eintragungen zu diesem, zu diesen zehn Tage Celebration Time waren 100 bis 150 live dabei, wenn überhaupt. Ich glaube, es waren teilweise sogar dann nur 70, 80, also es hat dann abgenommen im Laufe der Zeit. Und von diesen 800, beziehungsweise von diesen 100 bis 150 Leuten, die live dabei waren, haben dann den mentalen Espresso am Ende der Aktion. Also es war ja eine Aktion, eine Marketingaktion. Nur, ich glaube, fünf oder sechs Stück gebucht. Ich glaube, es kamen noch vereinzelt ein paar Buchungen, ein paar Wochen später rein. Aber es war einfach nur total deprimierend, es war enttäuschend, es war, es war, ich war wütend, die Katrin war wütend, unsere Energie war unten, wir waren am Arsch, wir hatten keinen Bock mehr. Wir wollten wirklich dieses Jahr im Mai, April, Mai, ich wollte alles hinschmeißen. Ich habe gesagt, fuck you, fuck you all, ihr kotzt mich alle an, Lockdown, das im Außenscheiße, die Aktionen funktionieren nicht. Da hatten wir die Delight Family, stimmt, das habe ich ganz vergessen, die Delight Family, das war auch so, es war cool, aber da war auch Low Energy und ich wollte das alles, alles weg, alles wegspülen. Ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, die anderen machen hier tausende und Millionen von Umsätzen und machen da irgendeinen Lounge und wir geben so viel Liebe rein, so viel Herzblut und alle, die uns kennen, wissen das, wie viel Liebe und Herzblut wir reingeben und es kommt einfach keine Resonanz. Und dachten wir, fuck, wir machen irgendwas, läuft hier gewaltig falsch. Und ich war dann, ich war dann wirklich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie sich die Katrin danach gefühlt hat, da muss sie selbst drüber reden, wenn sie darüber reden möchte, aber ich, ich war da. Also ich war im Mai, war für mich, ich habe ein YouTube-Video aufgehoben, das könnt ihr euch anschauen, das heißt, ich ziehe mich zurück. Schaut euch das mal an, schaut euch das mal an, ich war am Arsch, ich war richtig am Arsch, ich wollte nichts mehr, ich habe gesagt, Scheiß auf Instagram, Scheiß auf Social Media, Scheiß auf Business und habe mich da wirklich einen Monat stark zurückgezogen. Ich habe nur noch so im Hintergrund agiert, ein paar Sachen gemacht und ganz viel Zeit für mich genommen. Ich habe gemerkt, ich muss mal Abstand, ich muss Abstand von allem bekommen. Dieser ganze Lockdown und dieses Thema da draußen, das hat mich alles richtig abgefuckt und hat sehr viel mit mir gemacht und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und ich habe einfach dann in dem Februar, März, April zu viel in eine Richtung reingeballert. Es war zu viel im Außen und ich habe es nicht gepackt, damit umzugehen. Und im Mai war das Ergebnis dann halt, dass ich echt, ja, im Prinzip so ein Mini-Burnout hatte, weil ich einfach, ja, einfach Druck, immer eine Wand, 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 Wand und das war dann einfach too much, ja. So, dann habe ich angefangen, ein bisschen provozierend zu sein auf Instagram, habe so ein bisschen, ja, war sehr stark in der Provokation, konnte mich selbst nicht leiten, war wütend auf mich selbst, auf die Welt, auf alle. Und dann so im Juni, Juli habe ich ganz viel Zeit für mich genommen. Ich habe mich weitergebildet, ich habe Finanzen mir angeschaut, Gesundheit reingezogen. Also ganz viel Zeit für mich und dann haben wir auch im Juli ein neues Projekt gestartet, Blueprint, an sich geiles Projekt. Wir haben, ich habe auch viele Videos aufgenommen bereits und dann wollten wir aber, haben wir es erst auf dem deutschen Markt, dann international, dann, dann, und irgendwie, ja, sind wir nicht so richtig vorangekommen, trotz, dass wir viele Videos bereits aufgenommen hatten. Irgendwie war es dann doch so ein bisschen stagnierend. Wir haben dann gesagt, oh, jetzt, wir wollen eigentlich das Shift machen. Wir hatten, wir hatten die Idee, eine neue Academy zu gründen, wo es wirklich nur um Selbstständige geht, ja. Also wie man ein Business aufbaut, wie man eine Selbstständigkeit beginnt und wie man auch vor allem mit diesem ganzen Bullshit, der einen erwartet, in der Selbstständigkeit und Unternehmertum, wie man damit umgeht, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Learning, weil vielleicht denkst du dir jetzt, hä, warum zeigen die anderen, wie man ein Business aufbaut, wenn die so viele Projekte hatten, die gescheitert sind? So, jetzt kommt ein ganz wichtiges Learning. Es geht nicht darum, dass jedes Projekt funktioniert. Es geht darum, wie du mit jeder Situation, die passiert, umgehst. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, was nicht funktioniert, es ist erst mal nicht schlimm. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und die meisten erfolgreichen Unternehmer werden dir erzählen, dass sie, bevor sie das erfolgreiche Unternehmen hatten, meistens viele, 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 viele Versuche hatten, die gescheitert sind, die nicht funktioniert haben, wo sie Geld verbrannt haben, wo sie vielleicht sogar Schulden gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Deswegen bewerte nicht, ja krass, das Projekt hat nicht funktioniert, da ist es gescheitert, da haben sie keine Verkäufe gemacht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dran zu bleiben, trotz den Fails, trotz auf die Fresse fliegen. Ja, darum geht es. Und natürlich haben wir trotzdem Umsätze generiert, wir haben trotzdem verdient. Also, das ist es ja nicht. Es waren einfach nur, wir haben uns von manchen Projekten einfach mehr erhofft, als es dann am Ende dabei rauskam. So, das ist erst mal so ein bisschen dazu. Das heißt, wir hatten eben die Idee, wir gründen The Shift und wir hatten dann irgendwann zeitliche Probleme, weil wir gemerkt haben, hey, wir haben jetzt schon Ende Juli, im September wollen wir einen Launch machen von The Shift. Wir kriegen das zeitlich nicht hin, also haben wir Blueprint erst mal auf Eis gelegt. Das Ganze ist nicht aus der Welt, aber momentan arbeiten wir nicht an Blueprint. Das hast du vielleicht ja auch mitbekommen, ja, in Instagram. Im August war dann wirklich, da habe ich viel Neues ausprobiert. Also, wenn du dir mal meinen Instagram-Kanal anschaust, meine Feeds, wirst du feststellen, ich habe ganz viel rumprobiert. Mit Canva rumprobiert, mit Apps rumprobiert, neue Dinge ausprobiert, mit Untertitel etc. Also, das war wirklich viel getestet. Habe meinen Weg hinterfragt. Ja, bin ich auf dem richtigen Weg? Will ich das eigentlich alles? Und dann haben wir halt wirklich gemerkt, habe auch meine Bio mehrmals nochmal geändert zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich wirklich so Mitte August, Ende August gemerkt, ja, ich möchte Menschen dabei begleiten, persönlich frei zu werden. Was auch immer persönlich frei für dich bedeutet, vielleicht zeitlich, vielleicht örtlich, vielleicht finanziell. Wie auch immer. Und das ist mein Traum. Mein Traum ist, im spirituellen Business zu arbeiten. Menschen in ihrer inneren Entwicklung zu unterstützen, gleichzeitig aber auch ihr Business, sich unabhängig zu machen. Und was ist unabhängiger wie ein Online-Business? Also, noch unabhängiger geht es nicht. Und genau das ist meine Mission. Ich habe eine ganz klare Mission, dass ich dabei Menschen begleiten möchte. Und das war mir ja dann Mitte, Ende August klar. Und deswegen haben wir dann im September klar das Schiff vorbereitet, alles Pipapo, Marketing gemacht. Sorry. Ja, muss auch mal sein. Es ist auch schon jetzt 22 Uhr, jetzt wo ich das Video aufnehme. Da darf man auch mal gehen. Genau. Dann haben wir das Schiff gegründet im Oktober. War dann auch richtig geil. Wir haben viele Verkäufe gemacht. Im Oktober waren wir auf Mallorca, da nochmal genossen. Da waren ja auch die Maßnahmen, waren viel lockerer. Und da war auch frische Energie da. Es waren neue Menschen da im Raum. Die Follower-Zahlen in Instagram sind so gestiegen. Auf YouTube sind Follower gestiegen. Also, es war ein sehr schöner Monat. Im November auch ging der Weg ganz klar weiter. Und jetzt im Dezember, Ende November, jetzt Dezember ist nochmal so ein bisschen eine andere Energie, wo ich merke, okay, jetzt zur Ruhe kommen. Jetzt gerade ist so wirklich zur Ruhe kommen. Natürlich nehme ich Videos auf, produziere Content, gehe live und so weiter. Aber innerlich wirklich mehr in die weibliche Energie zu kommen. Die letzten Monate waren sehr stark männliche Energie. Und jetzt auch wirklich in die weibliche Energie zu kommen, zu genießen, auch mal ein bisschen, ja, was zu naschen, für sich Zeit zu verbringen, rauszugehen, zu spazieren, weiterzubilden. Aber auch für nächstes Jahr die Aufmerksamkeit neu auszurichten. Also, wohin geht die Reise? Wo darf ich vielleicht noch mehr hinschauen? Was darf ich vielleicht weglassen in nächster Zeit? Also, worauf richte ich meine Energie? Und dazu habe ich ja ein Video aufgenommen. Das ist das letzte YouTube-Video gewesen. Schaut euch das super gerne an. Aufmerksamkeit und Fokus. Da spreche ich darüber. Und genau das steht jetzt auch jetzt gerade stark bei mir präsent im Raum. Deswegen habe ich ja auch ein Video aufgenommen. und darüber spreche ich ja beim nächsten Video noch mal ein bisschen mehr, wie es dann nächstes Jahr aussieht, was ich da so denke, was da so mein Weg wird, was da unser Weg sein wird und was ich auch generell denke und fühle vor allem, was nächstes Jahr für das Kollektiv, also für alle Menschen wichtig sein wird. Ja, und genau, das war so ein bisschen mein Jahresrückblick 2021. Es ging jetzt ein bisschen länger, das Video. Eigentlich dachte ich, es wird ein bisschen kürzer, aber es war jetzt doch halt einiges, weil sehr viel passiert ist und die, ja, wirklich die Hälfte des Jahres war sehr viel, sogar mehr als die Hälfte des Jahres. Viel Struggle, viel Unsicherheit, Zweifel, Gucken, wohin geht's, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und dann halt auch viel mit meiner Gesundheit hatte ich dieses Jahr zu kämpfen, im Sinne von, nicht wegen dem, was da draußen passiert, sondern eher so Sachen wie Müdigkeit. Ich war sehr müde, sehr träge, motivationslos, hatte auch Bauchbeschwerden, Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, weil mich das schon sehr alles bewegt, was da passiert und viel mit mir gemacht hat und ich dementsprechend, meine Ernährung hat sich negativ verändert gehabt, die Bewegung ist weniger geworden und so weiter. Deswegen durfte ich da sehr viel hinschauen, sehr viel dran arbeiten und hatte da sehr viel Auf und Abs. Also es gab da mal eine Zeit, wo es richtig geil lief und dann bin ich wieder rückfällig geworden, wieder eine geile Zeit, wieder rückfällig und das, also es war dieses Jahr wirklich die ganze Zeit so im Bereich Gesundheit und es waren sehr, sehr hartes Jahr für mich, sehr viele Learnings, sehr viel Wachstum, sehr viel Schmerz und bin da zum, bin, bin, ja, also bin natürlich dankbar dafür und gleichzeitig auch wirklich ein bisschen erschöpft von dem Jahr, muss ich ehrlich gestehen. Also ich merke jetzt schon, wo ich sage, oh, ich brauche jetzt mal wirklich einfach wieder eine Auszeit, ja, einfach mal wieder eine Zeit der Ruhe, eine Zeit, wo es einfach mal läuft, ohne, ohne Struggle, ohne, ohne Schmerz, ja, auch wenn ich weiß, dass der Schmerz wichtig ist, weil du durch Schmerz wachsen kannst, kostet dich Schmerz, aber auch immer eine gewisse Energie und eine gewisse Aufmerksamkeit und manchmal bist du in dem Moment gar nicht in der Lage, das liefern zu können, ja, deswegen Schmerz, Wachstum, schön und gut, aber du musst auch die Kapazität, die Ressourcenkapazität haben, um da durchzugehen, um das durchzuziehen, verstehst du? So, ja, ich hoffe, dass dieses Video, dieser kleine Rückblick, diese Reflexion, dich irgendwie abholt, diese Transparenz abholt, ich weiß, dass Transparenz immer, immer schön sein kann, um einfach zu sehen, wow, guck mal, der hat auch seine Themen gehabt, der hat auch gestruggelt, der hatte auch ein hartes Jahr, genau wie ich, ist auch nur ein Mensch und vielleicht hilft dir das, vielleicht pusht dich das, vielleicht inspiriert dich das, das wäre mein großer Wunsch, was mich mega freuen würde, ist, wenn du deine Gedanken einfach mal hier in den Kommentaren teilst mit mir, wie du dich gefühlt hast dieses Jahr, was bei dir so deine Themen waren, was deine Learnings waren und ich würde mich freuen, von dir zu lesen und ja, freu dich auf Teil 2, wo wir in die Vorausschau 2022 gehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche, genieß den Dezember und bis bald.